In der heutigen Folge sprechen wir darüber, was es braucht, damit das Secret wirklich funktioniert. Weil es funktioniert und wir machen immer wieder viele Umfragen und viele Menschen bestätigen uns, ja, dass es kurzfristig funktioniert und sie danach wieder damit scheitern. Und genau das Gleiche habe ich selber lange erlebt, bis ich verstanden habe, was die Zwischenschritte sind, die notwendigen dafür, damit es auch wirklich dauerhaft funktioniert. Welche Bedingungen es braucht, das lernst du jetzt in dieser Folge. Diese Folge baut auf die Folge von gestern auf, wo es darum geht, dein altes Ich wahrhaftig hinter dir zu lassen. Hör dir auch gern diese Folge an, wenn du die noch nicht gehört hast, dann hast du noch eine bessere Basis, ein besseres Fundament. Diese Folgen, die hier veröffentlicht werden, diese Woche, die bringen dich wirklich wahrhaftig weiter in deinem Sein, wie du dein altes Ich hinter dir lässt, wie du dein neues Ich integrierst und auch wie du deine Seelenaufgabe erkennst und wirklich lebst. Noch weiter aufgebaut sind diese Folgen auf den Workshop, der dieses Wochenende stattfindet, von 7. bis 9. Juli. Den Anmelde-Link findest du in der Beschreibung in den Shownotes. Schau, dass du da dabei bist. Es sind jeden Tag zwei Stunden, wo wir nochmal live in die Tiefe gehen, Meditationen gemeinsam machen und du mir deine Fragen stellen kannst. Also diese Woche kann eine sehr transformative Woche für dich sein, wenn du dich darauf einlässt. Also, wenn du The Secret gelesen hast, dann wirst du eine Botschaft immer wieder ganz stark rausgelesen haben. Es geht darum, dass du positiv denkst, positiv fühlst. Und rein rational betrachtet macht das absolut Sinn. Es ist völlig logisch, weil einfach positive Gedanken andere Hormone in dir kreieren. Du fühlst dich einfach ganz anders und dadurch verändert sich deine Außenwelt. Gut, dein altes Ich möchte dich aber immer wieder einholen. Und genau darüber haben wir gestern genauer gesprochen, wie du dann damit umgehst, mit diesen alten Gefühlen, wie du die immer wieder transformierst, sodass du danach wieder dich mit deiner neuen Version verbindest. Und heute gehen wir da noch einen Schritt tiefer. Vergleichen wir es mal mit einer Festplatte oder mit deinem Handy. Hier ist auch wichtig, du hast einen gewissen Speicher, der genutzt wird und wenn der voll ist, ist er voll. Du kannst nicht einfach noch was weiteres draufgeben. Das muss zuerst gelöscht werden, formatiert werden. Und erst wenn das komplett leer ist, dann kannst du es wieder füllen mit ganz neuen Informationen. Und so ist es auch bei dir. Ein volles Glas kannst du nicht noch mehr auffüllen mit weiteren Wasser oder Flüssigkeiten. Es ist viel einfacher, wenn du es zuerst entleerst, damit dann wieder ein Platz ist für Neues. Diese Mentalität in dich zu integrieren, wird dich meilenweit nach vorne bringen, weil du nicht mehr versuchst, auf ein altes Ich, ein neues Ich draufzusetzen, auf ein altes Fundament, ein neues Haus. Das klappt einfach nicht. Und das probieren viele. Und diese Information wurde ja auch in The Secret sehr stark ausgelassen. Okay, also das ist immer so die Grundvoraussetzung, dass du bereit bist, die alten Dinge hinter dir zu lassen, die wirklich anzuschauen. Okay, das ist die Basis. Haben wir gestern genauer darüber gesprochen. Hör da auf jeden Fall nochmal rein, wenn du es noch nicht gehört und noch nicht umgesetzt hast. So, wie geht es dann weiter? Du nimmst dir wirklich mehrmals täglich die Zeit, um dich auf die höchste Schwingung einzuschwingen. Wie klappt das am besten? Gehen wir mal so einen Tagesablauf durch. Du wachst auf. Was passiert da? Du liegst im Bett. Vielleicht kommen gewohnte Gedanken. Vielleicht kommt der Impuls, direkt aufs Smartphone zu schauen. Lass das sofort bleiben. Was ist die erste Grundintention nach dem Aufstehen? Du setzt dir wirklich diese Absicht, ich gehe jetzt in diese absolute Liebe, Dankbarkeit, Freude, Glückseligkeit. Du kannst ein Ritual daraus machen. Hier ist wichtig. Manche schaffen das nicht im Bett, im Liegen. Manche müssen dabei sitzen, manche müssen dabei stehen, manche müssen dabei rausgehen. Ich persönlich, ich tue mir am einfachsten, wenn ich rausgehe und direkt in die Sonne blicke. Ich habe den Vorteil, in Zypern scheint jeden Tag die Sonne. Und wenn ich das mache, dann tue ich mir sicher, ohne zu übertreiben, drei bis vier, fünfmal leichter. Ich schaffe es auch sitzend auf der Couch. Aber es braucht ein bisschen mehr Zeitinvestment. Es braucht ein bisschen mehr Einsatz von mir. Das bedeutet, du kannst dir die äußeren Umstände schon so richten, dass es einfacher für dich wird. Ist ja auch klar. Du wirst jetzt nebenbei keine Heavy-Metal-Musik anmachen, um dann in die Liebe und Glückseligkeit zu gehen. Ich glaube, das wären so äußere Umstände, die es dir wahrscheinlich erschweren würden. Das bedeutet, kreiere dir schon mal die äußeren Umstände so, damit es dir leichter fällt, da hineinzugehen in diese Liebe. Bei manchen kann es sein, dass sie sich einfach viele Kerzen anzünden, dass sie sich den Raum irgendwie speziell herrichten. Und wenn das nur zwei, drei, vier Minuten sind, die du da investierst, um einen neuen energetischen Raum zu schaffen, wo du dich gerade befindest. Aber diese paar Minuten, die du investierst, die sind deshalb so wichtig, damit du aus der Routine rauskommst. Weil der Verstand ist ein Meister darin, alles zu einer gewissen Routine zu machen. Weil wenn du jeden Tag das Gleiche machst, dann wirst du dich irgendwann dabei erwischen, wie du, wenn du gewisse Dinge tust, auf einmal gedanklich schon wieder woanders bist. Das ist das Beispiel Autofahren. Das erste Mal Auto gefahren bist, wow, das war anstrengend. Da war kein Platz für andere Gedanken. Aber dann, wenn du mal ein paar tausend Kilometer gefahren bist, come on, das ist super easy, oder? Und auf einmal ist es ganz einfach, während dem Autofahren nicht beim Autofahren zu sein, sondern es kommen viele andere Gedanken. Oder man ist im Gespräch mit seinem Gegenüber, wenn man gemeinsam unterwegs ist. Und das ist auch hier der Fall. Dein Verstand, es geht darum, dass du deinen Verstand dabei erwischst, wenn er versucht, dich auszutricksen. Wenn er versucht, dich wieder abzulenken und dich mit neuen Gedanken manipulieren zu wollen. Mach dir einfach ein Spiel daraus, dass du immer wieder schaust, wie du dich selber aus deiner eigenen Routine rausbringst, aus deiner ego-gemachten Routine, damit der Moment immer etwas Besonderes bleibt. Du musst es nicht dein ganzes Leben lang so machen, weil, und das ist ein großer Vorteil, irgendwann bekommt er seine Eigendynamik. Du kennst es ja, deine gewohnten Gedanken, die kommen ja von selbst. Deine gewohnten Gefühle, genauso die gewohnten Hormone, die damit zusammenhängen. Ja, weil deine Gedanken führen zu Gefühlen und auch zu Hormonen, die ausgeschüttet werden. Und jetzt stell dir vor, dass es so eine Eigendynamik hat, dass du einfach aufwachst und einfach so in der Liebe bist, in der Glückseligkeit. Ist das nicht ein grandioses Geschenk? Das hattest du sogar schon, als du noch ein Kind warst, weil das einfach ein natürlicher Zustand ist. Du wurdest vielleicht einfach nur anders konditioniert, okay? Was jetzt aber nicht schlimm ist, verurteile niemanden dafür, weil dann gehst du ja schon wieder in die Verurteilungsenergie hinein. Das bringt ja auch nichts. Mach ein Spiel daraus, mach ein Abenteuer daraus, ja? Brich aus der Routine aus und hey, das ist richtig schön, ja? Wenn du in dir spürst, oh, das ist anstrengend, dann frag dich mal, wer sagt denn das gerade? Das ist auch nur das Ego, das nicht ausbrechen möchte. Nur das wehrt sich. Du in deinem wahren Sein, du wehrst dich nicht. Das kann immer nur dein Ego sein, okay? Also, wie machst du denn weiter? Also, wie mache ich es zum Beispiel? Ich spüre immer ganz tief in mein Herz hinein und ich verbinde mich gar nicht mit etwas im Außen, weil ich weiß, ich kann einfach meine Hormone in mir anders kreieren, indem ich in mich hineinspüre, in mein Herz, in meinen Solaplexus und wenn ich da lange genug hineinfühle, einfach auch mit der kleinen Absicht, keine zwanghafte Absicht, einfach diese, diese wundervolle, leichte Absicht, jetzt in der vollen Liebe und Dankbarkeit zu sein. Und nicht dankbar für etwas zu sein, für etwas im Außen. Das ist eigentlich eine Erfindung des menschlichen Egos, dankbar für etwas im Außen zu sein. Dadurch funktioniert die Wirtschaft auch besser, weil wir immer glauben, wir brauchen Dinge im Außen, für die wir dankbar sind. Das ist aber eine Fantasie. Ein zweijähriges Kind hat zum Beispiel gar nicht die Verstandesfähigkeiten, für irgendetwas dankbar zu sein. Es ist einfach in der Liebe. Das kann erst später entstehen, wenn wir ein Ego haben. Dann können wir für gewisse Dinge dankbar sein. Was auch schön ist, wenn wir es sind. Aber nur, dass du erkennst, das ist alles eine Illusion, an die wir unbewusst glauben, die meisten, eine Lüge, an die wir fast alle glauben, gerade wenn es um materiellen Besitz und solche Dinge geht, dass diese Dinge glücklich machen. Und dadurch funktioniert halt die Wirtschaft besser. Und deshalb wurde es uns wahrscheinlich alles so suggeriert und ist in vielen einprogrammiert und vor allem auch in vielen, die glauben, dass sie frei davon sind. Aber sind es dennoch nicht. Ist aber nicht schlimm, ja. Das sind alles Erfahrungen, wenn man da mal tiefer in sich rein spürt, dann erkennt man das. Und dann kann man das auch nach und nach wieder gehen lassen. Also wenn du dir, sagen wir 20, 30 Minuten Zeit dafür nimmst, ob im Stehen, im Sitzen, in die Sonne schauend, mit geschlossenen Augen, ja, das habe ich vorhin, glaube ich, nicht erwähnt. Das ist, glaube ich, gesünder und angenehmer, mit geschlossenen Augen in die Sonne zu schauen und dann immer wieder das zu kreieren und immer wieder auch loslassen. Du wirst merken, es sind nur die alten Ego-Muster, die dich davon abhalten, dass diese Energie überhaupt fließen kann. Weil wenn du ein leeres Gefäß bist, dann fließt automatisch diese Energie und du bist durchgehend so in einem Gefühl, als wärst du auf Drogen, ja, das ist keine Übertreibung. Man fühlt sich tatsächlich so. Und ich persönlich mache das dann so lange, bis ich einfach einen Lachanfall bekomme, so ein bisschen. Einen Lachanfall, ja, so ein bisschen mit Freudentränen. Ich finde das so amüsant, ja, wenn du einfach so zu lachen beginnst. Und es gibt keinen Grund im Außen dafür. Es ist einfach nur, weil in dir gerade so eine starke Energie da ist, dass die sich jetzt ausdrücken möchte durch dich. Und das in Form von Freude, in Form von Lachen und in Form von Freudentränen. Und wenn ich dann da drin bin, dann mache ich einfach weiter. Also, es ist dann super einfach, das zu intensivieren, weil einfach keine Widerstände mehr da sind. Dann macht man das 20, 30, 40 Minuten. Und wenn man dann aufhört, ist man so tiefenentspannt. Egal, was im Außen gerade geschehen möge. Man ist unabhängig davon. Das war zum Beispiel so ein Punkt, wie ich 25 war. Da war ich ja im Physischen betrachtet einen kompletten Tiefpunkt mit hohen Schulden und allem Möglichen. Es gab viele Gründe, die dafür gesprochen hätten, dass ich jetzt sehr unzufrieden sein sollte. Und ich habe es aber immer wieder geschafft, meine Energie komplett zu verändern und dann habe ich tatsächlich meine Außenwelt komplett verändert innerhalb kurzer Zeit. Das war für mich so ein Wow-Erlebnis und das hat mich auch dazu inspiriert, damals schon zu beginnen, Menschen das weiterzugeben, diese Informationen, ihnen zu helfen, genauso, das für sich umzusetzen, dass sie ausbrechen aus ihren eingefahrenen mustern. Und das Ganze, das kannst du gerne mehrmals täglich machen. Du kannst es gerne zwei-, dreimal, viermal täglich machen, weil du wirst merken, nach ein paar Stunden wird es vielleicht von selbst wieder weniger, weil halt das alte Ich so ein bisschen wieder durchkommt. Es geht aber langsam, ja, und wenn du da aber immer dran bleibst, wow, und du machst dich ja auch nicht von irgendwas abhängig. Das bedeutet, du bist zuerst völlig unabhängig, frei, in dir kreierst du diese Energie, diese Liebe und dann, wenn du es dann verbindest mit was im Außen, sagen wir, du möchtest irgendwas manifestieren, ein Partner, Finanzen, Gesundheit, dann bist du völlig unabhängig, weil viele probieren beim Manifestieren, dass sie zuerst ins Außen denken und in Kombination mit an dem, an was sie denken, die Dankbarkeit, Glückseligkeit und Liebe kreieren und erkennen gar nicht, was für krasse, toxische Verträge sie damit eingehen. Wow, das ist richtig gefährlich, also, es ist die, die Enttäuschungen sind schon massiv vorprogrammiert. Entweder erreicht man es gar nicht oder die Enttäuschung kommt dann so richtig, wenn man es erreicht. Aber die Enttäuschung, die wird stattfinden und die erleben Menschen immer wieder. Und dann beginnen halt manche, dass sie zwanghaft beginnen, noch mehr, noch mehr neue Ziele zu setzen. Es spricht gar nichts dagegen gegen neue Ziele. Hey, ich bin auch sehr motiviert und habe große Visionen, aber ich mache meine Glückseligkeit nicht davon abhängig. Ich mache das, dass ich im gegenwärtigen Moment lebe, nicht davon abhängig von äußeren Umständen. Das ist ein wichtiger und ganz großer Unterschied. Früher habe ich es natürlich auch gemacht, weil es mir so beigebracht wurde, aber heute nicht mehr. sogar im Gegenteil. Heute benutze ich meine Ziele dafür, um in einen Prozess des Flows zu kommen. Das bedeutet, ich mache nur Dinge, wo mir der Weg so richtig Spaß macht. Wenn der Weg mir keine Freude macht, dann ist es sowieso das falsche Ziel. Und im Flow zu sein, ist auch eine Art der Meditation, weil du dich auflöst. Also ja, setze dir Ziele, wo du etwas kreieren möchtest, aber einfach aus dem Grund, weil der Weg dich so in den Flow bringt, dass du wie auf Drogen bist. Und das ist eigentlich genau umgekehrt. Viele Menschen machen es andersrum oder haben es so gelernt. Strebe nach Dingen im Außen, weil dann bist du glücklich. Ich sage dir, strebe nach Dingen im Außen aufgrund des Weges, weil der Weg, weil du den Weg dazu benutzt, um jetzt im gegenwärtigen Moment, während du den Weg gehst, in der absoluten Glückseligkeit zu sein. Sei da einfach ehrlich und authentisch dir selbst gegenüber. Wenn du da in dich hineinspürst, ob du dich gerade davon abhängig machst. Und wenn es gerade so sein sollte, dann ist es okay, weil es ist ja nur eine Stimme, ein Programm in dir. Du magst dich in Wirklichkeit nie von irgendwas abhängig. Du kannst immer nur mit deinem Programm identifiziert sein, dass mit irgendwas, dass das abhängig ist von gewissen Dingen. Und dann kannst du das auch wieder neutralisieren, harmonisieren und transformieren. Und das Schöne ist, wenn du das magst und das mehrmals, dann geschieht folgendes. Das ist ja der große Vorteil. Mehr Wunder geschehen in deinem Leben. Vor allem Dinge, mit denen dein Verstand nicht gerechnet hat. So, ganz große Dinge, mit denen dein Verstand absolut gar nicht gerechnet hätte. Und dann bist du wieder so ein bisschen mehr verbunden mit dem Abenteuer des Lebens, was ja auch angenehm ist. Du bekommst positive Überraschungen. Denn dein Verstand sendet dir ja sonst die gewohnten Gedanken mit der gleichen Energie. Und in der alten Energie bringen dir sogar neue Gedanken gar nichts, weil sie nicht mit deinem neuen Sein übereinstimmen. Also das darf, das darf kongruent miteinander sein. Und es werden sonst immer Dinge geschehen, dass es schief läuft. Und das passiert bei vielen. Sie sind in der Hoffnung und denken, ja, jetzt wird das klappen und dann, zack, die Enttäuschung. Und das hast du dann nicht mehr, weil du bist gar nicht mehr so in einer toxischen Erwartung. Du bist eher in einer selbstverständlichen Erwartung, aber in keiner toxischen Erwartung mehr. Und dann auf einmal geschehen wahre Wunder. Es ist auch so, als wärst du durchgehend auf Drogen gefühlt. Es gibt keine Fragen mehr nach dem Sinn des Lebens. Du lebst einfach und bist glückselig und das ist auch unser Naturzustand. Daran wirst du dich wieder mehr erinnern. Deine Intuition funktioniert wieder. Du wirst intuitiv wieder genau die richtigen Entscheidungen treffen für dein Leben. Also du fließt einfach mehr wieder in dein Leben hinein. Deine ganzen alten Gefühlscocktails werden weniger. Das ganze Drama, Stress und so weiter. Du wirst immer mehr automatisch in der Liebe und in der Glückseligkeit sein. Und diese Eigendynamik, die das annimmt, ist sensationell. Wow! Das ist ein großes Geschenk. Ja, wenn du das vertiefen möchtest, dann beginnst du heute schon damit, diese Übungen zu machen, die du in dieser Folge gelernt hast, der gestrigen Folge und das als Vorbereitung nimmst du mit in den Workshop diesen Freitag, Samstag und Sonntag, damit wir da nochmal größere Quantensprünge gemeinsam hinlegen. Du wirst in dieser Woche, wenn du dich darauf einlässt, wirklich so große Quantensprünge machen in deiner Transformation, in deinem bei dir Ankommen, in deinen Manifestationen, wie du es vielleicht so noch nie hattest. Deshalb lass dich darauf ein, melde dich an, der Anmelderlink ist in der Beschreibung, in den Shownotes und dann werden wir dieses Wochenende von 7. bis 9. Juli wahre Wunder erleben in deinem Sein. Ich bin übrigens auch jetzt schon jeden Tag um 19 Uhr live in Instagram, Facebook und in YouTube. Die Links findest du auch alle in der Beschreibung, in den Shownotes und da kannst du mir da schon Fragen stellen, da vertiefe ich noch mehr das, was dich erwartet am Wochenende, also diese Vorbereitung, dass du Bescheid wirst, allein diese Vorbereitung fürs Wochenende bildet so ein großes Fundament, damit dann mit Fingerschnipp eine Transformation nach der anderen geschieht. Also sei auch da sehr, sehr gerne dabei. Hey, ich freue mich auf dich und ich wünsche dir alles, alles Liebe.